Wir finden uns also, wir finden schon noch raus, was zum Teufel hier los ist, aber in Ruhe. Dafür müssen wir, ähm, genau. Wir brauchen da ein Portal. Und hier ein Portal. Blau. Dann können wir nämlich hier rasen wie ein Affe. Ja, das macht durchaus Sinn, wie ein Affe zu rasen. Und jetzt brauchen wir noch Springsachen. Und hoffentlich springen wir diesmal richtig und fallen nicht, wie beim letzten Mal, in die Grau. Wir, wir, wir leben. Wir leben noch. Okay. Das ist gut zu wissen. Wir leben noch. Wuhu. So. Und zwar müssen wir jetzt, ähm, da ein Portal hinmachen. Okay, das ist eine blöde Idee. So. Und wir versuchen es. Huh. Ähm. Äh. Nochmal zurück. Ne, Moment. Hopp. So, jetzt sind wir hier oben. Und müssen wieder zurück. So. Jetzt müsste das nämlich von hier aus gut klappen. Wir versuchen es. Wuhu. Haha. Äh, pssst. Ver-kacket-o-lu. Ver-kacket-o-lu. Ver-kack-lu. Ver-kack-lu. Okay. Retry. Wir versuchen es erneut. Yay. Wieso sing ich hier? Ich hab keine Ahnung. Aber wir versuchen es erneut. Und wir... ...decken wieder. Oh mein Gott, das ist schlecht. Ähm. Oh. Äh. Äh. Ach nein, die Portale sind nicht gespeichert. So. Das heißt, wir... Wir müssen wieder eine Etage höher. So. Hopp. Ach. Mach doch. Danke. So. Wir müssen eine Etage höher. Damit wir da runterkommen. Hier haben wir orange. Das heißt, hier kommt blau. Äh. 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 Dann kommt auch wieder blau. Moment. Yes! Astronaut, Kriegselt und oder Olympiasieger. Mit deiner Hilfe verändern... Ist das hier an? Hey, mal aufgepasst da unten. Das Ding nennt man Aufzug. Das ist keine Toilette. Ich weiß, ich kenne ihn. Was? Oh. Sie kennt ihn. Hä. Ist das eine Anspielung? Und... Ja. Entschuldigung. Ich musste halt aufs Klo. Ich konnte halt nicht anders. Weiter geht's. Wer noch weitere 60 Dollar verdienen will, sagt bitte Bescheid. Dann stopfen wir euch 120 Dollar in die Plastiktüte. Dafür müsst ihr uns nur erlauben, ein paar technische Gimmicks in euch einzupflanzen. Wir setzen euch am Ende auch wieder zusammen. Wie neu. Äh. Nein, danke. Ich behalte meine 70 Dollar. Ich... lebe arm. Ach, das ist der Test, den ich gesagt habe. Das ist ein richtiger Hurensohn-Test. Äh. Wie war der nochmal? Moment. Genau. Wir müssen erst rüber. Äh. Da. Warte mal. Warte mal. Nein. Wo war nochmal... Nee. Da erst hin. So. Hier. Nee, doch nicht. Hä? Dann wieder rüber. Irgend... Der Würfel. Der war doch... Da ist der Würfel. Das heißt... Äh. Ja, super. So. So. Komm. Mach alles dreckig. Dann brauchen wir da ein Portal und da ein Portal. So. Jetzt müssen wir rüber. Ähm. Hä? Jetzt müssen wir rüber. Wollte gerade sagen. So. Blau. Und Orange. Uuuuund. Juuuund. Jump. Und wir landen auf der Plattform. Bäm. So. Jetzt müssen wir hier... Aaaaaaah. Bumm. Ach. Nein. So. Und da. Und da. Und da. Und hurray. Dann müssen wir das machen. Und wieder zurück. Nein. Moment. Moment. Das muss erstmal wieder runter. Ganz vergessen. So. Ähm. Jetzt muss ich wieder da oben. Nämlich folgendes machen. Ich vereine's haben. Ähm. Und zwar. Da. Da im Portal. Und da im Portal. Dann geht da nämlich die ganze blaue Farbe hin. Damit wir springen können. So Dann der Würfel wieder drauf Und zurück So Dann müssen wir nämlich jetzt da hin Farbe machen So Dann haben wir da jetzt Farbe gemacht So Da ist springen und dann müssen wir jetzt Hier ein Portal setzen Und dort ein Portal setzen Und dann müsste das klappen Geronimo Ah, verkackt Noch mal von vorne Geronimo Bounce Und Bei Interesse haben wir immer noch Plätze frei für das gerade erwähnte Bonusprogramm Wie gesagt Ihr müsst uns nur erlauben euch auseinanderzunehmen Wir pfuschen hier nicht rum Wir wissen wie man einen Menschen wieder zusammensetzt Eine komplette Rundumerneuerung Aus Alt mach neu Außerdem entfernen wir alle Tumore Im Grunde müsstet ihr uns bezahlen Ähm Okay Also Es klingt verlockend Das Angebot Aber Ne Das ist nichts für mich Ich halte mich da lieber raus Das wäre eine bessere Idee Vielen Dank Ich kann nicht glauben, dass ich mich bei denen bedanke So eine tapfere Bereitschaft unser Rückstoßgeld zu testen Ihr habt der Gesellschaft an den überaus großen Dienst erwiesen Und die Menschheit wird euch dafür dankbar sein Bitte nehmt eure persönlichen Gegenstände wieder mit Alte Zeitungen und Einkaufswagen sollen hier nicht die Gänge verschaffen Für viele von euch sind 60 Dollar sicher ein ungeahntes Vermögen Aber geht nicht gleich alles aus für Caroline Was kaufen sich diese Leute So Schuhe und Sollen Bartläuse Ja Sie kaufen sich Bartläuse Das würden Obdachlose tun, wenn sie sich was kaufen Bartläuse Das klingt verlockend Denke ich mal Ich weiß nicht, ob das wahr ist Aber es könnte so sein, dass sie sich Bartläuse kaufen Wo müssen wir jetzt hin? Wir müssen nach Dahin, oder? Moment Wir müssen dann erstmal nach da Dann müssen wir hier So Natürlich Warum nicht? So Ich weiß jetzt nicht Äh, nochmal genau wie man das hier mit dem Wow Mit dem Rätsel löst Wie war das nochmal? Moment Da ist blau Dann gehen wir hier mal durch blau wieder zurück Ham 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 Moment Und wir kommen Wir kommen wieder zurück Das ist schön Das heißt Moment Da oben ist Orange Wie kann man denn hier jetzt so hoch springen? Oder fallen Oder fallen Hallo Geht doch Wo war das nochmal? Wo war das nochmal? Wo war das nochmal? Warte mal, wenn man jetzt da hin vorbeiracht Wenn man jetzt da hin vorbeiracht Wo kommt man da aus? In den Tod In den Tod Dann versuchen wir es mal da Da ist auch der Tod Okay Wo war das nochmal? Okay Hm Hm Der war definitiv der Tod Der Tod dodelig Aaaaaaah ahh Woh Wo sind wir gelandet? Ha! wir sind da gelandet wo wir her wollten So, und zwar müssen wir irgendwie... Hier war nur die Ausgangstür Weißt du, ja, ganz toll Hältst du es eine Weile ohne mich aus? Ich muss nachdenken Natürlich Hä? Wo muss ich lang? Okay, ich bin jetzt komplett, komplett verwirrt Weil... Wie habe ich das... Ich habe das Spiel schon durchgespielt Also wenn ihr jetzt denkt Ihr habt das Spiel ja noch nie gespielt Nein, ich habe es durchgespielt Oder muss ich... Muss ich das etwa so machen? Äh... Nein Oder? Moment Nein, das ist falsch Okay, so auf jeden Fall nicht Hä? Hier gibt es auch nichts, wo man irgendwie landen kann Moment Dann gehen wir nochmal kurz hoch So So Ich muss hier drauf Das mache ich, indem ich da springe Oder komme ich... Oder komme ich... Nee Hä? Da unten ist auch nichts Was muss ich machen? Das muss ich machen? Moment Ich muss hier drauf fallen Das mache ich Indem ich hier rausfliege Aber wo muss ich hin landen Wo muss ich hinspringen Das war bloß Das war pure Dummheit Ich weiß Ich weiß So Pumpstation Gamma So Erstmal warte Kann man hier nicht Irgendwo Runterspringen Nee Hier war mal ne Tür So Das lassen wir jetzt mal Wir gehen nämlich Direkt Nach Oben So Ah Ja ich muss auch nachdenken Irgendwie Muss nicht hier die Tür offen sein Oder bin ich jetzt dumm Was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Darf ich das jetzt übersehen? Das war blöd Das war blöd Aber ich muss doch hier irgendwo runterspringen können Um Hä? Moment Moment Okay ich versuche das jetzt mal Ich muss mal kurz nachdenken Ich bin gleich wieder da So Anscheinend bin ich noch dümmer als die Polizei erlaubt Denn der Weg ist so einfach Und ich Ah Und ich hab das nicht rausgefunden Wie dumm kann man nur sein? Ich hätte hier reingemusst Noch dümmer kann man gar nicht sein Ja jetzt hab ich euch 20 Minuten der Zeit rausgeholt Die ihr gebraucht habt Und Ja Unnötige Zeitverschwendung Und das kann man nicht schaffen Deswegen machen wir das so So Und jetzt müssen wir nämlich hier runter Es tut mir immer noch leid Ich bin halt Dummi 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 So Jetzt muss ich da hoch Genau Ich glaube ich weiß was jetzt gemacht werden muss Jump Bounce Und wir sind oben Yay Weiter geht's Hier müssen wir jetzt Schnell sein Wuhu Durchgerasht Oh yeah Weiter geht's Ach Vogel Töte das Mensch Wer geht's dir? Gut für ihn Also weiterdenken Okay Dann denk mal weiter Weil Jetzt können wir nämlich das machen Was ich vorhatte Jetzt haben wir nämlich was zum Springen Ah Das ist so Oh So Vorteil schießen Und Rennen Und Ja Geschafft Willkommen im Enrichment Center Willkommen im Enrichment Center Und Weißt du was Gemahne Mondsteine sind Pures Gift Ich bin todkrank Aber sie sind tolle Portalleiter Wir testen gerne ob sich durch die Verwendung dieser neuen Portale das Mondgift aus der Blutbahn entfernen lässt Wenn das Leben dir Zitronen gibt Mach Limonade draus Denken wir positiv und forschen weiter Ich wäre dir dankbar wenn du diese Tests so schnell wie möglich durchführen könntest Bring mir noch ein paar Schmerztabletten Okay Also wir haben erfahren Cave Johnson ist daran erkrankt Wegen dem Mondgestein die in dieser Portalleitflüssigkeit drin ist Und Ja Mal gucken was jetzt passiert Das ist Das sieht pervers aus Zweideutig denken Macht Spaß Oh yeah Oh das sieht so falsch aus Oh das sieht so was von falsch aus Nein Ich kann nicht mehr So Ach Hä Okay Ähm Wir müssen Guckt euch was war Das sieht so falsch aus Oh Gott Wer den Gag nicht kapiert ist nicht alt genug So Jetzt brauchen wir wieder hier was von dieser Von dieser merkwürdigen Flüssigkeit So Mach hier mal schön alles weiß Du Flüssigkeit Die nicht zweideutig ist Mach uns Mach uns Weiß Ja Okay 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 Wir müssen Moment Wir müssen Da Hoh Das heißt Weiß machen Weiß machen Weiß machen Alles weiß machen So Klecks 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 So und jetzt müssen wir uns hier hoch arbeiten Zentimeter für Zentimeter So Hoch geht Doch Ah so Super Super Und wir müssen Da ist der Ausgang Exit Hm Ah Genau Ähm Wie war das Genau 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 Wow Also Wie wir das Rätsel lösen Sehen wir im nächsten Part Denn ich hab durch meine Dummheit Einfach mal den halben Part versaut Egal Es tut mir leid Ihr könnt das ja skippt Wenn ihr es geskippt habt Ist mir das egal Aber Der Part war jetzt eigentlich nur ein Lückenfüller Aber Ja Wir sehen uns im nächsten Part Dann Zum zehnten Part von Portal 2 Sehen wir uns dann Wir sehen uns Haut rein Ciao Bewerten Mit Like Und Daumen Und Abo Und Was ihr wollt Könnt ihr tun Ist mir egal Tut es nur Oder tut es nicht Wir sehen uns Haut rein Auf Wiedersehen